Bei der neuen Folge Kochen mit Anixe Gummans schnelle Küche geht es diesmal um Spaghetti und Rucola. Erstmal nichts Besonderes, aber wohl, wenn der Jörg das macht. Jörg, was hast du dir ausgedacht? Ja, wie die Tanja schon gesagt hat, eine Spaghetti-Rucola-Pfanne. Allerdings verfeilen wir diese mit spanischer Chorizo und Black Tiger Garnelen. Deswegen unbedingt einschalten. Kochen mit Anixe Gummans schnelle Küche. Samstags um 19 Uhr auf Anixe HD Serie.